Einen wunderschönen guten Morgen, da bin ich mal wieder euer Odin auf Montagfrüh. Die Kleine ist jetzt zur Schule und ich habe gedacht, ich fange mal an abzuarbeiten. Ich habe hier noch ein bisschen was liegen und das wird jetzt einfach noch mal in Odin war einkaufen. Ich war halt einkaufen und habe mir was gekauft. Bei Mr. & Lady Jeans. Da gehe ich gerne, wenn ich im A10 bin, gehe gerne mal hin. Die haben so schöne Sachen, so wie den hier zum Beispiel. Kann man den erkennen? Das finde ich geil. Mit den Tattoo-Maschinen gekreuzt und dem Totenkorb und mit Silber. Leider hatten sie den nur in Weinrot. Ich hätte ihn noch in Schwarz oder so genommen. So, dann habe ich mir den hier gekauft. Das sind alles T-Shirts. Ich habe mir drei T-Shirts gekauft. Sieht man es? Kann man sehen. Auch schön mit Silber und Weiß. Und Frau Eiche meinte, das sieht schick aus. So und dann habe ich mir noch dieses Gold in Weiß. Oh, jetzt schmeckt mein PC wieder nicht. Auch mit dem Totenkorb. Fand ich richtig toll mit Mock. Aber ich hätte es gerne noch in Schwarz gehabt. So, meine Frau hat auch hier noch gekauft, das weiß ich gar nicht wo es ist. So, dann haben wir das. Dann hat meine Frau mir außen, sieht man das? Aus Mr. Lady Jeans das gekauft. Sie hat sich so ein Parfüm geholt, was so wie so ein Handy ist. Sieht aus wie so ein iPhone, aber ist halt Parfüm. Das gibt es in Schwarz und in Weiß. Und ich war da am überlegen, habe es mir nicht geholt. Da hat sie mich weggeschickt mit meiner Tochter zum Eis essen oder schon mal Eis aussuchen. Und dann kam sie und zu Hause habe ich es dann geschenkt. Da kriege ich das auch noch alle verpackt. Habe ich extra nicht aufgemacht für euch, damit ich mit euch aufmachen kann, weil das ist richtig geil. Die haben auch noch ein anderes Parfüm, was so ähnlich aussieht. Seht ihr das? Und da ist noch ein Totenkopf dran. Ist das geil oder ist das geil? Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Die Flasche ist in Form vom Totenkopf, das ist nochmal das Logo. Auf der anderen Seite ist es nicht. Wenn das nicht geil ist und es riecht auch richtig geil. Dann hat mein Frauchen mir auch geschenkt ein neues Haarset. Das haben wir bei Kaufland, wir waren davor bei Kaufland, dann haben wir das gekauft, das war nämlich runtergesetzt. Das hat mein Frauchen mir geschenkt, dass ich mich immer schön fliegen kann. Ich habe es noch nicht benutzt, das wollen wir nachher erst benutzen. Da ist einmal so ein Kleiner mit bei, für Nasenhaare oder so. Aber ich nehme den, den kann ich super für Konturen nehmen, wenn ich jetzt nur kleine dünne Konturen machen will. Da kann man den super nehmen für, wenn es wirklich ganz genau sein muss. Und der hat auch einen Akku und der hat halt keinen Akku, aber dafür einen langen Kabel von Philips. Und den werden wir heute benutzen und da werden wir heute meine Haare mitmachen. So, das war doch. Ich habe auch noch mehr gekauft, aber das ist noch nicht da. Ich habe noch was für Frauchen gekauft, ich habe noch was für mich gekauft. Da wird dann in der nächsten Zeit nochmal ein Unboxing kommen. Oder besser gesagt, ein Odin war shoppen, habe ich mir bei Amazon gekauft. Und bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Ahoi, sagt euer Odin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.